Herzlich willkommen bei onlinetutorium.com. Willkommen zum nächsten Video, Vielfache von Matrizen. Damit meine ich, dass wir Matrizen mit Skalaren multiplizieren. Das ist wie folgt definiert, wir haben eine Matrix aus dem k hoch n, m und ein Skalar aus k, also ein Körperelement, dann ist Alpha mal die Matrix A das folgende. Naja, wir nehmen jeden Eintrag in der Matrix A mal dieses Element Alpha. Das ist schon das ganze Geheimnis. Vielleicht zwei, drei Beispiele, damit es ganz klar ist. Beispiele. Naja, da kann man sich ganz einfache Sachen überlegen. Fangen wir mal an mit 7 mal die Matrix 2204. Ja, dann muss ich das schreiben, indem ich 7 mal 2 rechne, 7 mal 2, 7 mal 0 und hier 7 mal 4. Okay, das ist 14, 14, 0 und 7 mal 4 ist Nummer 28. Okay, und genauso wie bei der Addition, nehmen wir eine Matrix von diesem Typ, multiplizieren wir das mit einem Skalar, dann erhalten wir wieder eine Matrix vom gleichen Typ. Ja, das können wir hier eben auch nochmal kurz überlegen. Das ist ja offensichtlich eine Matrix vom Typ 2 Zeilen, 2 Spalten, also 2,2 und das, was hier rauskommt, ist auch eine Matrix vom Typ 2,2 oder 2 Kreuz 2. Okay, anderes Beispiel. Was ist denn, wenn wir 0 mal die Matrix 7,21 Pi Viertel 3, 0, 6, 6, 9 berechnen? Na ja, dann muss ich 0 mit jedem Eintrag aus der Matrix multiplizieren. Das heißt, ich komme auf 0 mal 7, 0 mal 21, 0, na, das sieht nicht gut aus. Das ist 0 mal 7. Der nächste Eintrag ist 0 mal 21, dann kommen wir zu 0 mal Pi Viertel. Der letzte Eintrag in der Zeile ist 0 mal 3. Machen wir weiter, hier steht 0 mal 0, 0 mal 6, 0 mal 6 und 0 mal 9. Also, was kommt insgesamt raus? Natürlich, alle Einträge 0. Wir betrachten insgesamt eine 2 Kreuz 4 Matrix, also steht da 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ja, und wir sehen wieder, diese Matrix hier hat 2 Zeilen und 4 Spalten und rauskommt auch eine Matrix mit 2 Zeilen und 4 Spalten. So, das heißt, was wir hier schon sehen, ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Eine Matrix mit der 0 multipliziert ergibt die 0 Matrix und diese 0 Matrix wird die 0 im Vektorraum der N Kreuz M Matrizen, in dem Fall der 2 Kreuz 4 Matrizen. Aber das kommt erst genauer im nächsten Video. Analog kann man sich überlegen, wenn man das folgende betrachtet. Ja, was ist denn zum Beispiel 6 mal die Matrix 0, 0, 0, 0, 0. Ja, das ist genauso trivial wie eben. Wir müssen jeden Eintrag mit der 6 multiplizieren, aber da eine Einträge 0 sind, ja, komme ich entsprechend auf die 0 Matrix wieder. Ja, und das riecht ja schon förmlich nach einem Vektorraum. Aber das spielt jetzt hier bei dem Video keine Rolle. Einfach nur zu sehen, wie einfach man eine Matrix mit einer Zahl multipliziert. Naja, alle Komponenten, besser gesagt, alle Einträge mit der entsprechenden Zahl oder dem Skalar multiplizieren und schon hat man das, was man haben will. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. OnlineTutorium.com OnlineTutorium.com